So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist schon wieder so chaotisch, du denkst, ja okay, heute du holst dein Auto aus der Werkstatt endlich. Du kannst den Community-Rate machen. Du machst heute direkt den Community-Rate für Montag, das passt, alles fertig. Jetzt haben die schon wieder abgesagt. Ich sollte das am Montag holen, dann haben sie gesagt, ist nicht, hol es am Donnerstag, wir brauchen mehr Zeit. Donnerstag, ach, wir kamen noch nicht dazu, hol es am Montag. Heute sagen sie wieder, ach, wir kamen noch gar nicht dazu, also hol es am besten wieder am Donnerstag, weil immer da ist nur der TÜV-Prüfer da und schon alles chaotisch. Dann wirst du zum Kinderarzt geschickt von Pupsi, hier, da, dort, Bus fahren, alles hin und her. Da habe ich den Community-Rate mit verbunden, das ist sehr cool, es hat auch Spaß gemacht. Jetzt sehe ich aber, es ist 13 Uhr, Pupsi kommt dann gleich. Wir müssen aber dann trotzdem nochmal los, wir müssen auch reinkommen, wir müssen nach hier, wir müssen zum Gericht. Es würde sich nicht ausgehen, jetzt das Community-Day-Video zu schneiden und zu exportieren und hochzuladen. Das geht nicht bis 15 Uhr, weil wir sind ja dann nicht da. Also habe ich gedacht, ich bin spontan, ich mache was ganz anderes. Ein Überbrückungsvideo. Ich werde zwar morgen in dem Video sagen, dass ich das ja noch am Montag machen kann, aber es kommt halt doch erst am Dienstag. Adi, nicht, wenn du da drauf trittst, dann ist alles fort, Adi Schatz. Wir haben ja dieses Season irgendwie drei verschiedene Forschungen, jeden Monat, aber kostenlose. In der letzten Season gab es ja so ein Ticket, wo man jeden Monat eine Forschung gekriegt hat. Diesmal gibt es jeden Monat eine kostenlose Forschung, die ihr im Heute-Tab findet. Endet in 30 Tagen. Dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Befristete Forschung, himmlisches Teamwork, Teil 1. Das ist jetzt fertig. Das möchte ich mal abholen. Das ist das Überbrückungsvideo. Was musste man aber dafür überhaupt tun? Eigentlich wollte ich nichts machen, weil das hat ja eh jeder. Aber als Überbrückung geht alles, deswegen machen wir das jetzt mal kurz. Wir hatten die Aufgabe, brüde fünf Eier aus, erkunde fünf Kilometer. Brüde zehn Eier aus, erkunde zehn Kilometer. Also am besten ein Kilometer Eier nehmen, dann wird beides immer gleichzeitig fertig. Gibt es nicht. Brüde 15 Eier aus, fange an zehn verschiedenen Tagen ein Pokémon. Also das hat eh jetzt zehn Tage gedauert, bis das fertig ist. Da gibt es verschiedene Pokémon-Belohnungen. Also im Heute-Tab kann ich ganz fix auch mal kurz hier schnell was abholen. Was ist das? Da ist ein Sankabu drin. Großartig. Adi gibt Kopfnuss an das Mikrofon. Sankabu finde ich immer noch richtig cooles Pokémon, aber ist, glaube ich, jetzt nicht nützlich. Wir bewerten es mal kurz hier. Hat zwei Sterne. So, was haben wir jetzt aber in der Forschung? Adi schnüffel doch da nicht rum. Wenn ich es hier oben mache, schnüffelst du dann hier. Dann zieh dich gar nicht. Schäm dich doch nicht. Wir haben 30 Poké-Bälle. Wir haben 20 Bären, drei goldene und vier Pokémon-Encounter. Wir haben hier Warblu. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Wir probieren jetzt alles mit dem Schnellfang-Trick. Schnell hier und da. Marie kommt auch gleich hier. Musste ja wieder gucken. Hausaufgaben, alles bla bla bla. Wir haben ein zweites Sankabu. Zack, dann kommt die andere in der Herde. Musste ja wieder hier. Bla bla. Haben mir die WP nicht gemerkt. Hier ist Skampisto drin. 400 noch was. Für mich heißt es jetzt nicht mehr Pokémon Go, sondern Pokémon Stress. Was ist am Ende drin? Es gab ja mal Forschungen. Da habt ihr für die drei Teamleader. Kurz noch Überlegung. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich kann es mir denken. Für die drei Teamleader. Jeder hat sein eigenes Maskottchen gehabt. Blau hatte dann Labras mit so einem besonderen Schmuck. Mit einer besonderen Mütze, was shiny sein konnte. Man konnte das aber nur einmal kriegen. Also wer da ein shiny gekriegt hat, das war richtig brutal. Rot hatte, weiß ich nicht mehr. Und Gelb hatte, keine Ahnung. Jetzt war auf dem Teaser-Bild doch zu season, waren wieder genau diese drei Pokémon angezeigt. Und wenn es drei Forschungen wieder mal gibt, jeden Monat eine, denke ich, das sind wieder die Teile mit Kostüm, die es bei den drei Teamleadern gab. Und hey, verstehe ich nicht. Es ist zwar ein Labras, also der Gedankengang war richtig. Da ist Labras drin. Aber das hat ja gar kein Kostüm. Also normalerweise hätte das doch, wir nehmen hier eine Bäre, eine Silberne. Normalerweise hätte das doch hier so ein Schleifchen gehabt, was halt total unbedeutsam aussieht, das nicht wirklich wichtig ist. Nur für einen Sammlerwert, so extrem penibel, wenn man da so unterwegs ist. Aber das ist ja nur ein ganz normales Labras. Wo ist jetzt der Sinn? Wenn ich mal Logik bei einer Yendix suche, dann finde ich sie nicht. Das ist ein Passables mit drei Sternen, 13, 15, 13. Das heißt, ich denke mal, in einer anderen Forschung ist dann hier, ach, bei Gelb war Elekid drin, mit so einer Armbinde. Aber das konntest du ja wenigstens entwickeln. Und was war denn das dritte? Rot, Wulpix, Glumander, Flampion. Nein, was war das dritte bei den Teamleider-Forschungen? Also, dass das jetzt kein Kostüm hat, das finde ich komisch. Das enttäuscht mich. Das muss ich auch noch machen. Habe ich auch Probleme. Da kommt aber ein extra Video. Und ansonsten, ja, habe ich heute trotzdem den Community-Raid gemacht. Der Meteoros ist da. Steht auch im Community-Tab die Konderliste drin. Ist dieses Wochenende schon Go-Fest in Madrid, in Spanien irgendwo, dann könnten wir vielleicht ja sogar Nekrozma-Raits für Zuschauer machen am Wochenende. Da muss ich aber gucken. Es ist gerade alles chaotisch noch. Es geht viel hin und her. Aber das wurde sich, glaube ich, mal gewünscht. Und in dieser Zeitzone würde das ja dann passen. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin Peter und Fuhrhaut, euer Ramses. Habt ihr diese Forschung auch fertig? Habt ihr einen Shiny-Labras bekommen oder einen Hunder da? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Guckt euch das an. Ich lasse jetzt denken, ich lüge. Der Adi, der ist wirklich da. Der liegt halt jetzt einfach hier. Adi, Schatz. Adi. Guckt mal. Guckt mal, Adi, Schatz. Alles Gute. So, jetzt können wir das wieder hinhängen und das Video beenden. Und morgen seht ihr aber das Video zum Community-Raid. Und dann ist ja schon wieder Raid am Mittwoch. Am Donnerstag, am Freitag. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.